Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Cat Facts. In dieser Folge mit dem Thema Katzen können Zucker nicht schmecken. Fakt ist, die Katze hat viel weniger Geschmacksrezeptoren als der Mensch. Dafür kann sie aber andere Stoffe wie zum Beispiel bestimmte Fettsäuren schmecken. Die Geschmacksrichtung süß kennt sie gar nicht. Trotzdem ist aber im Katzenfutter und auch in Leckerlis öfters mal Zucker enthalten. Der Grund dafür ist zum Beispiel das reine Aussehen des Futters oder auch die Konservierung. Die Katze hat geschmacklich nichts davon. Trotzdem soll es angeblich so sein, dass viele Katzen gesüßte Milch ungesüßter vorziehen. Das stimmt, hat aber nur etwas mit der unterschiedlichen Konsistenz und nicht mit dem Milchzucker zu tun. Um Verdauungsproblem vorzubeugen, sollte man daher nur laktosefreie Katzenmilch anbieten. Bei dem Thema Zucker und Katzenfutter streiten sich die Geister und es gibt sowohl Gegen- als auch Fürsprecher. Alles in allem ist es aber wohl generell besser auf Zucker im Katzenfutter zu verzichten. Denn was man wohl sicher sagen kann, eine Überdosierung bringt langfristig Probleme wie zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht mit sich. So ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet Spaß mit der ersten Folge von Cat Facts und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle, tschau miau! Tschau!